Maria Forrescu, gebürtige Maria Füllenbaum war eine österreichischstämmige Operettensängerin und Filmschauspielerin. Leben nach einer Internatserziehung in Paris studierte Maria Forrescu am Prager Konservatorium Gesang, Musik und Schauspiel. Um die Jahrhundertwende debütierte sie als Operettensängerin und trat bald am renommierten Wiener Karltheater auf. Nachdem sie dort zum Star aufgestiegen war, gastierte sie an Bühnen in ganz Europa. Anschließend ging sie nach Berlin, wo sie am Theater des Westens, am Operettentheater und am Metropoltheater auftrat. Nachdem sie 1911 erstmals auch in einem Film mitgewirkt hatte, gab sie 1915 den Gesang zugunsten ihrer Filmkarriere ganz auf. Zu den bekanntesten Filmen, in denen Maria Forrescu, meist als Nebendarstellerin, mitgewirkt hat, zählen Veritas Vincit, Per Günd, Das indische Grabmal 2. Teil – Der Tiger von Eschnapur, Maritza, genannt die Schmuggler Madonna, Henneles Himmelfahrt, NJU, Die freudlose Gasse und Der Zigeunerbaron. Ihr Typus war vorzugsweise der der leicht geschürzten Zigeunerin. An der Wende zum Tonfilm trat sie mehrfach in Filmen ihres Freundes Harry Peel auf. Die letzten bekannteren Filme, in denen Maria Forrescu auftrat, waren Gerhard Lamprechts Zwischen Nacht und Morgen und Hans Behrens Danton. Nach dem Regierungsantritt der NSDAP fand Maria Forrescu, die jüdischer Herkunft war, keine Engagements mehr und wurde 1938 aus der Reichsfachschaft Film ausgeschlossen. Die nunmehr geächtete Künstlerin fand Unterschlupf bei Maria Hirschburg in der Mottstraße in Berlin-Wilmersdorf. Am 15. August 1942 sollte sie mit dem 18. Osttransport in das Ghetto von Riga deportiert werden, allerdings ist sie dort vermutlich nie angekommen, da sie von der Deportationsliste wieder gestrichen wurde. Sie überlebte die Zeit der Judenverfolgung und verstarb 1947 in Berlin-Müggelheim. Maria Forrescu hinterließ einige weniger Aufnahmen aus Operetten für Beka und Palophon.